Yo, hey ho Leute, ich bin auf den Server connected und bin tot, erinnert ihr euch, gestern, da ist der Server abgestürzt, sehr geil, ich find's sehr, sehr geil, auf jeden Fall tu ich mich jetzt wiederbeleben, ich hab mir über die Konsole Game Mode gegeben, weil ich's einfach nicht einsehe, äh, so, ich flieg da jetzt hin, da bin ich einfach knallhart, ich hab den Server überlastet, so, ich geh da hin und hol mein Zeug und ich flieg knallhart auch raus, Ja gut, ich weiß nicht mal, wo ich gestorben bin, weil mein Death Point irgendwie dann nicht drauf ist, es ist einfach Hammer, ich hasse es, warum, alles weg, alles, schreibt einfach mal, danke für, äh, Chaos Flow und, Dingens, es pisst mich einfach an, so, Ja, ja, sie sind weg, das ist mir egal, soll er jetzt halt rumheulen, ich hab keinen Plan, wo mein, kein Plan, wo mein Zeug ist, weil irgendwie der Death Point nicht funktioniert, das hat das letzte Mal funktioniert, wisst ihr das noch, aha, ich weiß es, ey, das ist einfach, ich hasse es, was, was soll das eigentlich, Ich muss irgendwo beim Pilz Biom, wo ist das Pilz Biom, ey, nee, ich bin einfach angepisst, wer versteht mich, lol, hier ist ein Death Point, ist es, ist es meiner, oh, wie geil, ich danke dir, mein Gut, Hahaha, ihr seid so witzig, das ist nicht mein Death Point, äh, ja gut, ich geh jetzt einfach hin und cheat mir mein Zeug wieder, ich bin jetzt ein Hacker, ja, das ist mir gerade sowas von Bums, ähm, Onyx, äh, Schwerter mal hier, dann hol ich mir die ganze Onyx Rüstung, So, ich bin da jetzt knallhart, ähm, was hatte ich noch Wichtiges dabei, gut, mein Tele-Pad-Gedöns, aber, äh, die hier hatte ich, da hatte ich welche dabei, ähm, sonst noch irgendwas Wichtiges, ich weiß es gerade nicht, äh, mein Rapier, der ist auch weg, was ich sehr geil finde, äh, jetzt gucken wir am besten mal, äh, wo ist ein Soundcraft, äh, Tinger's Construct, oh Gott, es pisst mich an, mein geilster Rapier weg, da unten sind die da, gut, 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 ähm, ich gucke jetzt einfach mal, ähm, ne, 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 wie machen wir das am besten, ich geh jetzt hin und hol mir Ardite, so, 1, 2, 3, 4, 7, dann hol ich mir noch, äh, Äh, Kobalt, ups, so, einfach auch, 7, so, äh, 7, oder warte mal, My, oh man, das gibt's nicht, wie heißt es, My, oh warte, ich gucke jetzt mal unter M, äh, ich finde das bestimmt, so, weiter hoch, äh, wenn er mich jetzt als Hacker beschimpft, äh, dann möchte ich aber auch, dass ihr Chaosflow und, äh, Warte mal, hier, Taumium, wie heißt es, Manne, okay, Manülium, gut, da brauche ich nämlich einfach den, nicht den Rapier davon, sondern, äh, wo ist es denn, äh, hier, die Schwertklinge, oder die Messerklinge, Schwertklinge war es, glaube ich, gehe ich nämlich hier hin, und dann, äh, Papier, äh, Querstange, die kommt auch dahin, dann, äh, brauche ich, das hier nämlich nicht, einen Stick habe ich zu Hause, jetzt hole ich mir nur noch Netter Quartz, Netter, da hole ich mir jetzt einen Stack, ne, ich brauche da noch mehr, 72, 8 Stück, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann brauche ich noch den Moosball, Moos, hier, ne, nicht der da, Moos, hier, Moosballen, damit sich es wieder repariert, und, das brauche ich noch zu guter Letzt, äh, den Place Powder, den ich von Alex hatte, äh, Lohen, Staub, so, ich habe wieder alles, ich fliege jetzt zum Spawn zurück, ihr seht, ich bin angepisst, so, es kann es einfach nicht sein, ich will hier, so spielen, wie die anderen, ganz gechillt, mein Zeug erreichen, aber das geht nicht, wenn ständig irgendwas, dazwischen funkt, und, ja, so, gut, dann fliege ich jetzt zurück, in meinen Hut, so, und gehe da rein, so, es ist mir sowas von egal, dann schreibt halt, was weiß ich, du Hacker, du Cheater, so, jetzt gehe ich nämlich wieder in die Konsole rein, und gebe ein Bastizock, Game Out 0, so, sind alle zufrieden, ne, ich ziehe mir jetzt eine Onyx Rüstung an, das ist mir sowas von Wurst, Wurst, dann beschwert ihr euch jetzt halt alle, mir fehlt so oder so Zeug, ich habe mir nur, ähm, meine Rechte, alles wieder hier, scheiß drauf, sollen sie sich halt beschweren, es ist mir egal, so, ich will nur meinen Rapier wieder, so, den habe ich wieder, dann gehen wir da hin, äh, warte, wie funktioniert das nochmal, halt, 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 ich muss da hin, so, Ups, ah, okay, passt, zack, 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 ich bin so angepisst, schreibt mal eure Meinung dazu, das ist einfach scheiße, so, so, jetzt kommt noch die Musik, oh Gott, ich bin ziemlich mad, merkt ihr das, mad, ich habe so lange für den Rapier gearbeitet, und dann sowas, äh, halt, so, ups, und jetzt noch so, okay, da brauche ich noch mehr davon, aber, das kann ich mir ja dann noch erfahren, jetzt, äh, gehe ich noch hin, und verzauber dann mein Zeug, ich stehe jetzt einfach mal hier, AFK und farm Level, währenddessen, lesen wir ein bisschen unnützes Wissen vor, so, ähm, Google, unnützes Wissen, okay, oh Gott, ähm, 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 die GPS-Koordinaten, an denen Heisenberg im Breaking Bad seine Geldfässer vergräbt, zeigen in Wirklichkeit auf die Albuquerque Studios, wo die Serie gedreht wurde, aha, interessant, haha, auf dem Mount Everest, Everest, äh, gibt es 3G-Empfang, die Fans des FC Barcelonas, ähm, werden Cooles oder Coolas genannt, was übersetzt Arschis bedeutet, das fände ich auch mal geil, ähm, der Homo Florenzieses wird von Archäologen als Hobbit bezeichnet, da gerade einmal einen Meter groß war und riesige Füße hatte, das Katzenklavier ist ein Instrument, dessen Töne erzeugt werden, in dem neun darin eingesperrte Katzen abwechselnd der Schwanz eingeklemmt wird, oh nein, das ist ja Tierquälerei, Mann, das längste Experiment der Welt läuft seit 1927, dabei hat sich erst achtmal ein Tropfen aus einem Trichter voller Pech gelöst, ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, was das für ein Experiment wäre, okay, ähm, wer viele Muttermale hat, altert langsamer, wuhu, ich alter langsam, ne, so viele hab ich jetzt auch wieder nicht, ähm, Texas Deutsch ist ein deutscher Dialekt, der ausschließlich von einer kleinen Gemeinschaft in Texas gesprochen wird, Howdy meine Freunde, äh, ich glaub, das ist der Dialekt, kann was sein, jeha, ähm, Hunde ist der Name einer Sprache im Kongo, Hunde, wuff, wuff, sprechen die wahrscheinlich so die ganze Zeit, ähm, Bud Spencer nahm zweimal an Olympischen Spielen teil, okay, ähm, wenn die Weibchen der Fliegenart, Euxester Billy Mackie von einem bestimmten Männchen nicht schwanger werden wollen, stoßen sie dessen Spermien wieder aus und fressen sie, ha, ha, uuuh, Porno ist ein Ort in Nigeria, geilo, ähm, schreibt mir dann mal euren Lieblings, äh, unnützen Fakt in die Kommentare, Schwarz, Weiß und Grau werden als unbunte Farben bezeichnet, okay, Kühe muhen in regionalem Dialekten, wat, okay, mu, äh, mu, mu, äh, komisch, wie willst du in Dialekten muhen, mu, mu, so vielleicht, keine Ahnung, ähm, In einem 1951 erschienenen Disney Comic werden Mickey Mouse und Goffi Drogendealer in Afrika, oh, geil, den hole ich mir mal, Wissenschaftler sind sich nicht einig, wie viele Sinne wir tatsächlich haben, die Zahl liegt zwischen 14 und 20, aha, okay, ähm, ne, da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber, Seeotter schlafen im Wasser treibend und umwickeln sich mit Seetang, um nicht abgetrieben zu werden, das ist ja interessant, die niederländische Fluggesellschaft, KLM tankt Frittürfett, okay, ähm, Piranhas bellen, ru, ru, ich bin ein Piranha, okay, jetzt gucken wir mal, was ich so verzaubern kann, Schärfe hatte ich auf 5, ähm, Verbrennung auf 2, na gut, da fehlen mir die Level, erstmal Enchantene, Verbrennung habe ich da jetzt 1, gut, äh, was hatte ich noch, Plünderung auf 3, gut, dann, äh, lese ich mal weiter unnütze Wissen vor, äh, im dritten Reich versuchte man Hunden das Sprechen beizubringen, aha, wie Agra hilft Hamstern bei Jetlag, ah, ja, James Bond hat laut Wissenschaftlern ein stark erhöhtes Risiko von Impotenz, ja, die Chili-Sorter Peter Pepper trägt die Formbezeichnung penisförmig, aha, manche Hauskatzen sind auf Menschen allergisch, aha, okay, das ist auch interessant, in Fürstenberg, Hessen, wird jedes Jahr Montag vor Pfingsten ein Igel gefangen und durch die Stadt getragen, ohne Witz, ohne Witz, das ist wie, das ist wie, wie, Revi und so und Stadt Pink damals den Bären gebetet haben, da, okay, egal, gut, alle Roulette-Zahlen addiert ergeben 666 und wer weiß, was das bedeutet, schreibt es in die Kommentare, was machen denn meine Level, oh, die sind auf 14, dann erhöhen wir das jetzt mal, und die Plünderung, oh, da brauche ich noch viel mehr, oh, da geht es weiter mit Unnüchsten Wissen, der südlichste Geldautomat der Welt steht in der Antarktis, okay, klar, die müssen da Geld abheben, aber, na, wie das Geld da immer hinkommt und Transport, und, hallo, Bankräuber, die Yetis oder so, in weiß, keine Ahnung, ähm, die Bauwerke auf den Euroscheinen sind fiktiv, das heißt erfunden, ich hoffe, ihr wisst das, im Winter kann der Siebenschläfler seine Art, was, 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 kann der Siebenschläfer seine Atmung auf zwei Arten, Atemzüge pro Minute reduzieren, das heißt, oh, nee, das schaffe ich nicht, wer das schafft, okay, Respekt, also das durchgehend durchziehen, gut gemacht, Siebenschläfer, in Deutschland und Österreich ist es nicht verboten, aus dem Gefängnis auszubrechen, lol, na, dann mal los, Hönes, ha, 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 äh, was soll das jetzt, Werbung, pff, geh weg, in Peking gibt es ein Penisrestaurant, geil, Löwen fällt nach der Kastration die Mähne aus, mh, okay, ha, ha, geil, äh, gut, dann reicht es jetzt einfach mal, ne, mir fehlen 24, äh, äh, ich warte jetzt noch kurz, bis ich Level 24 habe, äh, die Internetseite schließe ich jetzt, ist das nämlich genug so, mhm, mhm, ich wollte heute eigentlich was ganz anderes machen, aber dass sowas dazwischen kommt, pff, wär jetzt gedacht, so, gut, äh, Level 24 habe ich gleich, die Rüstung verzauber ich dann demnächst, ich stehe jetzt hier dann AFK, ich nehme das nicht auf, ich bin jetzt ein bisschen rebellisch, und mache das einfach so, wie ich will, pff, mir egal, so, gut, dann bis zum nächsten Mal, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr es gefeiert habt, dass ich mir alles wieder hergecheatet habe, und, bis zum nächsten Mal, schaltet morgen wieder ein, denn ihr seid geil.